Musik Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing-Video. Und zwar habe ich mir eine weitere Traum-Edition mir in die Sammlung geholt, von der ich logischerweise nur geträumt habe, sie zu besitzen. Und jetzt habe ich sie tatsächlich in der Sammlung und habe sie tatsächlich in den Händen gehalten und bin so überaus glücklich und happy, diese Edition zu haben. Und nichts hat mich je glücklicher gemacht. Und ja, diese Edition möchte ich euch natürlich in diesem Video vorstellen. Ich hätte sie ja auch nebenbei irgendwie in einem Update-Video vorstellen können. Aber ich finde, diese Edition hat es verdient, ein eigenes Video zu haben. Und das werde ich natürlich jetzt tun. Es geht natürlich um die limitierte 3D-Collectors Edition von Thor inklusive Helm. Und jeder Marvel-Fan bzw. jeder Marvel-Sammler weiß, dass diese Edition sehr, sehr, sehr begehrt ist und sehr schwierig zu bekommen ist und sehr, sehr teuer ist. Und ja, diese Edition habe ich jetzt bekommen. Und sie ist auf 3.500 Stück limitiert. Ich wusste nicht, dass diese Edition limitiert ist vorher und dass man hier auch eine Limitierungsnummer hat. Die zeige ich euch dann, wenn ich euch die Helmedition zeige. Ich habe die jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist die limitiert, was ich sehr, sehr cool finde. Und da drin ist dann halt auch das 3D-Steelbook mit bei. Und ja, diese Edition würde ich sagen, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen. So, dann haben wir als erstes hier den Karton. Der ist wahnsinnig groß, muss ich sagen. Also, der ist so groß, dass ich ihn nicht mehr komplett ins Bild bekomme. Aber das dürfte so auch gehen. Auf jeden Fall haben wir hier die Frontansicht mit dem Helm und dem Titel direkt da drauf. Hier an der Seite haben wir noch ein paar Informationen, was da drin enthalten ist. Eine FSK 12-Freigabe, dann haben wir hier die Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD und digitale Kopie. Am Rand ist hier nochmal Thor Limited 3D-Edition und hier oben dann nochmal 3D, Blu-ray und das Paramount-Logo. Hier nochmal der Titel. Wenn ich das jetzt so umdrehe, dann haben wir hinten die ganzen technischen Informationen, die wir sonst immer auf den Steelbooks haben, beziehungsweise auf dem Backpaper. Das ist hier hinten drauf gedruckt. Also, hier haben wir, hier oben steht nochmal Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD und digitale Kopie. Dann haben wir hier oben, dieses Set enthält ein hochwertiges Steelbook und einen Helm. Dann haben wir hier das Bild vom Steelbook und hier Disc Nummer 1 mit Hauptfilm, Kommentare von Regisseur Keith Bringer oder so. Dann haben wir hier Marvel-Einstellungen, der Berater HD, 7 Features in HD, der Weg zu den Avengers, 11 entfallene Szenen und Disc 2 haben wir hier die Blu-ray in 3D, also der Film in 3D. Und Disc Nummer 3, also die DVD, da haben wir einmal den Film und die digitale Kopie da drauf. Ja, und hier haben wir dann noch ein paar, was man so halt braucht, wenn man den Film in 3D gucken möchte. Hier haben wir die ganzen technischen Informationen und hier ein paar Credits. Und dann drehe ich das Ganze nochmal um. Und hier haben wir in verschiedenen Sprachen, dass diese Edition hier auf 3.500 Stück limitiert ist, was sehr cool ist. Und hier noch ein paar Logos, da zwei Barcodes. Und auf der anderen Seite haben wir hier die Maße des Helms. Also wir haben hier diesen Standfuß oder diesen Podest, der ist 135 mm breit. Dann haben wir hier die Höhe, 290 mm hoch und von oben, also von der Frontansicht, 145 mm breit. Und hier haben wir dann wieder die Front. So viel zum Karton. Die Edition habe ich schon ausgepackt, das heißt, ich muss das jetzt hier nicht nochmal aus dem Karton holen. Und den Helm, den habe ich jetzt hier, stelle ich hier daneben. Und ich muss sagen, der Helm macht schon was her. Ich habe bisher immer nur Bilder von dem Helm gesehen, habe ich jetzt nie so richtig in den Händen gehalten vorher. Ich habe immer gedacht, die Edition wäre ja aus billigem Plastik, aber ist doch sehr hochwertig verarbeitet und sehr schwer, muss ich sagen. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ja, das finde ich schon mal richtig, richtig cool. Und der Helm, der scheint mir ein bisschen kleiner. Ich habe gedacht, der wäre ein bisschen größer. Aber dennoch ist es okay, passt wunderbar in die Vitrine. Jetzt kommen wir zu den ganzen Details. Also das Ganze sieht wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig verarbeitet aus. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Macht auf jeden Fall einen richtig coolen Eindruck. Wie gesagt, hier ist der Podest. Der Titel ist hier geprägt, was auch sehr, sehr cool aussieht. Mir gefallen die Farben. Das ist also alles so in den Torfarben gehalten, was auch sehr, sehr cool aussieht. Dann haben wir hier noch diesen Stab, wo der Helm dran befestigt ist, was auch sehr cool ist. Finde ich einfach nur Hammer. Auch hier alles schön detailreich gemacht. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Dann drehe ich das Ganze noch so mal ein bisschen um. Dann können wir uns das Ganze noch mal ein bisschen besser anschauen. Vielleicht noch ein bisschen höher setzen. Also hier alles schön detailreich gemacht. Das hat auch so einen glänzenden Effekt, finde ich. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Hammer. Einfach nur toll. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Also macht auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr schönen Eindruck und passt wunderbar in meine Vitrine, in meine Avengers-Vitrine. Sehr cool. Und ja, auf jeden Fall eine super tolle Edition. Ich bin echt froh, diese Helmedition jetzt in meiner Sammlung zu haben. Finde ich echt super. Und ja, dann haben wir jetzt noch das Steelbook. Das kennt ihr sicherlich. Habe ich auch irgendwann mal in einem Video vorgestellt. Da hatte ich ja das, eine Import-Version davon, also nicht die 3D-Version. Und ja, so sieht das Steelbook aus. Ich zeige euch als erstes mal das Backpaper, was da hinten eingebracht ist. Das sieht so aus. Das ist jetzt nicht dran geklebt oder so, sondern einfach nur lag so bei. Und ja, hier haben wir dann nochmal dieselben Informationen wie auf der Box. Dann nehme ich das Ganze weg und so haben wir das Steelbook. Ich komme mal ein bisschen näher ran, dann kann man sich das besser angucken und stelle hier nochmal ein bisschen scharf. So. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Steelbook ein bisschen empfindlich. Da muss man echt schon aufpassen. Wir haben zwar einen matten Hintergrund. Der Hintergrund ist matt, aber dadurch, dass das Steelbook komplett in schwarz gehalten ist, ist das wirklich sehr empfindlich. Ihr seht hier schon die ganzen Fingerabdruckflecken, die sind auch wirklich schwer abzubekommen. Da muss man echt schon aufpassen. Auf jeden Fall ist das Steelbook natürlich top. Also das ist eines der schönsten Steelbooks in meiner Sammlung. Und Thor ist jetzt hier glänzend drauf gedruckt, was auch einen richtig coolen Effekt hat. Dann haben wir hier der Schriftzug, der geprägt ist, was auch sehr, 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 sehr schön aussieht. Also wir haben hier einen richtig coolen Glanzeffekt, was hammer aussieht. Dann haben wir hier natürlich auch nochmal eine Rahmenprägung, was natürlich nicht fehlen darf. Und ja, mich stört das jetzt hier wirklich, dass das super empfindlich ist. Aber ja, kann man halt nichts machen. Ist auf jeden Fall ein super schönes Steelbook. Der Spine sieht so aus. Hier haben wir dann nochmal Thor drauf gedruckt. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Hier haben wir Mjolnir, Thors Hammer, was hammergeil aussieht. Und ja, hier unten noch ein paar Logos. Das hätten sie meiner Meinung nach auch weglassen können. Das stört irgendwie. Oder vielleicht hier ganz klein in der Ecke platzieren können. Wäre irgendwie besser gewesen. Aber ja, mein Gott. Auf jeden Fall sehr cool. Auch hier, der Hintergrund ist hier matt gehalten. Das ist jetzt nicht so empfindlich wie die Front. Das ist schon mal etwas. Aber sonst super. Dann öffne ich das Ganze mal. Und wir haben hier die Disks drin. Hier einmal noch so ein Flyer. Mit dem Code drauf. Und ja, hier haben wir die typischen Paramount-Disk. Die kennen wir ja alle. Ganz vorsichtig. Genau. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Was auch sehr, sehr, sehr cool aussieht. Gefällt mir hier richtig gut. Das ist jetzt nicht in schwarz-weiß gehalten. Das ist wirklich Farbe. Hier haben wir ein paar Farbelemente mit drin. Wenn wir jetzt hier die Augen uns angucken. Sind farbig gestaltet. Auch die Haut ist nicht komplett schwarz-weiß. Das sieht jetzt hier vielleicht so aus. Aber so ein bisschen Farbe ist mit drin. Hat auf jeden Fall einen coolen Effekt. Und passt zum Look des Steelbooks. Was ich sehr cool finde. Und hier nochmal die Rückansicht vom Steelbook. Ja, ein bisschen Staub ist jetzt hier noch drauf. Das lässt sich irgendwie nicht so vermeiden. Muss ich gleich nochmal mit Handschuhen polieren. Ja, das ist dann halt das Steelbook dazu. Und macht sich auf jeden Fall. Ich habe es jetzt in meine Vitrine reingestellt. Und sieht auf jeden Fall top aus zu den anderen Sachen, die ich da jetzt noch habe. Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich über diese Edition. Und ja, habe mich sehr darauf gefreut. Und das war auch schon mein Unboxing-Video von der Thor-Helm-Edition. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat die Edition genauso gut gefallen, wie sie mir gefällt. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und schreibt mir, ob ihr die Edition selbst auch in der Sammlung habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmeschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.